Ann-Kathrin Berger ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt, sie unterzieht sich im Dezember einer Operation Fotot per Picture Alliance, sie spielte bei absoluten Top-Club Sturbine Potsdam, Paris Germain, heult jeden deutschen Meistertitel 2012 und kämpft jetzt hier in härtesten Kampf. Die deutsche Torhüter in Ann-Kathrin Berger 27 ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt, das gab er aktueller Club Birmingham City bekannt, die ehemalige 23-Nationalspielerin unterzieht sich im Dezember einer Operation, nach Stationen in Potsdam und Paris wechselte Berger 2016 nach Birmingham Fotolese mit Action Images Reuters, ihr Trainer sprach ja am Montag öffentlich Motsu, Birmingham Coach Mark Skinner sagte, Anni Stein, jeder stärksten Persönlichkeiten, die er hier kennengelernt habe, der Verein und die Mannschaft werden sicherstellen, alle sie nun sehrer Machtstehende zu tun, um man und ihr Family durch diese schwere Zeit zu helfen. Btwitter ergänzt hier, es gibt keinen Zweifel, dass sie in Krebs bezwingen und stärker zurückkommen wird. One of the most inspirational women I have met the high snow doopts here will beat this and come back stronger until they can show you all that at BCLFC at BCF Family is within step by step. Thank you all for your kind of notes and messagescropic.twitter.com Lufdustka, Mark Skinner at Mitzkiner 8 3 November 27,201 Siebenberger hat Evan 2011 bis 2014 für Turbine Potsdam in der Bundesliga gespielt und mit den BrandenburgerInnen 2012 den Meistertitel geholt, nach zwei Jahren bei Paris, Germain was sie 2016 nach Birmingham gewechselt, teilen wird Anteilen auf Google per WhatsApp verschicken, und per Mail versenden.